moin moin ihr lieben und willkommen zu einer neuen dalzeit hier mit rimworld wo wuseline wieder kräftigst am machen und tun ist hier ist sauber da ist sauber ja ich glaube die sauberkeit ist allgemein besser und offenbar haben die kommunen auch ein bisschen was gebracht die zimmer wirken offenbar ordentlicher die sauberkeit ist überall eigentlich ganz knorkel ja was wollen mehr ist läuft langsam der putzdienst bringt offenbar was er verspricht und ich weiß noch immer nicht warum das nicht so funktioniert wie ich will ok es waren immer gäste oder ein döner mit launen der hier durchgegangen ist das könnte auch grund gewesen sein wie viel platz haben wir hier überhaupt noch man weiß es nicht man munkelt so langsam was heißt so langsam könnten wir wieder einen kolonisten gebraucht dafür brauchen wir erst mal den platz in der kolonie überhaupt um den unterzubringen ach da habe ich auch schon so ein ding gebaut ach es ist geil wie schaut es mit bauteilen aus sind vorhanden jetzt ist hier so richtig bambule ich merke schon ich bin jetzt richtig am durchstarten das sind die möbel plus nach davon sind die dinge ist ein quadratischer esszimmer stuhl ist das auch in englisch sonnensperriger begriff nachttisch mit lampe das ist auch herrlich quadratischer blumentopf pflanzkasten ok kann man machen muss man nicht aktenschrank ein winziger tisch ein couch ecken das hat das hat auch was wenn wir irgendwann unseren fernseher haben vielleicht ne macy ist rechtlich ach gottchen schon wieder ich weiß nicht soll ich hier irgendwie gemein sein ich habe hier nur menace nicht persönlich nehmen dass ich macy schlachte aber es tut not es tut ganz tolle not es ist nur für unser bestes 8 bauteile sind hier etwa welche wieder abgebaut worden oder ja offenbar ist hier ein feldchen schon abgebaut sehr schön das ist lobenswert ich wundere nur dass wir die zeit dafür hatten sind wir hier etwa mit dem stahl fertig das ist doch immer nur sandsteine ich lerne es nie hier können wir noch forschung abgeschlossen für geothermale energie yes dann brauchen wir jetzt wo war ne acht bäume habe ich ja schon schokolade wäre mal richtig geil oder andererseits kann ich auch andere dinge bauen zum bleistift springfallen aber macht es so richtig bums an sich ja gar nicht mal so schlecht aber irgendwie auch analysator ja kann man machen wäre für die tiefenbohrungen geil ach herr jemini aber es kostet so viel zeit da können wir erst mal andere dinge tun sterile materialien zum beispiel gasdrucklader wofür war der denn noch für leichte maschinenpistolen schwere maschinenpistolen und überhaupt alles was mit maschinenpistolen zu tun hat oh mörser das wäre auch gar nicht mal so schlecht plattenrüstung ach blauen drogenherstellung da ist die medizin ja aus kräutermedizin neutramin und stoff wo das problem ist dass man neutramin auch erstmal kaufen muss ach menno springfallen ach es gibt so schöne dinge aber irgendwie auch nie ich weiß nicht was ich tun soll ach komm ich nehme den mörser irgendwann muss man sich entscheiden so todett ist dabei hier ui ne schildkröte tot seit elf tagen nein die nehme ich nicht mit die soll da verrotten auf ewig genau immer schön abbauenden scheiß ey die sind alle mit guter stimmung das ist ja richtig hier party so in der zeit yes oh noch mehr jetzt noch mehr jetzt ganz viel yes weil jetzt waren diese kleinen küchlein ne aber egal yes 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 ach du scheiße das mag ich gar nicht ach herr jemini ein psychoschiff das hat mir echt noch gefehlt ach wie gehe ich das denn am besten an da treibt es mir echt so ein kleines bisschen jetzt die träge in die augen scheiße ey scheiße hmm ne komm das nehmen wir nochmal runter ich hab ne andere idee ach bin ich fies gebiete verwalten ich mach ein neues gebiet das ist die schiffzone äh 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 ich sollte vielleicht die schiffzone erstmal überhaupt benennen so das ist die schiffzone da müsst ihr hin das ist vor allem jetzt für die tiere äh ne alex ja nicht nein 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 die affen oh das affenbaby vielleicht nicht ich weiß nicht der wag neben den brauche ich auch noch später so dann können wir hier nochmal abwarten so du bist jetzt aber ohne nein ach mr junior bist du bekloppt genau geh dich löschen oh so ein depp aber auch warte mal alex ne 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 dich hab ich doch gar nicht genau das ist hier schön gebiet 2 und so die affen die dürfen in die zone wieso gehst du verstehe das einer so mr junior nein so eric äh nein auch nicht so wirklich wir brauchen hier wieder unsere frontlinie auf jeden fall und leider auch wieder döner frikadette um den ich am meisten angst habe irgendwie aus irgendeinem grund so eric ah der hat es geschafft ohne sich anzuzünden das ist schon mal ganz löblich so da haben wir zumindest ein bauteilchen so und die affen die ganze affenbande brüllt ich weiß es gefährlich ist jetzt ohne vorher sich ein bisschen was drauf zu schaffen aber ach ist doch kacke so machen wir mal hier so hin und da so hin und hier vielleicht und so zwei fehlen noch da kommen sie wo packe ich die denn hin die packe und da muss ich falsch geklickt haben die fuseline die fuseline packe ich mal da hin und lecky fehlt noch da hin und jetzt muss ich mal sehen oh oh fuseline fuseline so und die tiere ihr müsst doch hier irgendwie ihr müsst mich beschützen könnt ihr mich nicht beschützen das muss doch irgendwie so gehen so hey da fug so muss ich mal warten bis hier so jetzt geht der kampf los hoffe ich zumindest ey wieso kämpft ihr nicht ihr nasen so tourtet zum beispiel wie krieg ich denn das hin vielleicht eher hier so ne oh oh das wird katastrophös haut das Viech weg solange es noch geht ah das schießt gleich wieder haut es um haut es um haut es um oh danke so dünner hat sogar gar nichts abbekommen ich bin begeistert uh und wer sind unsere affen los haben die zumindest einen zweck erfüllt Gott aber wirklich koordiniert war das auch nicht von mir soll mal sehen was haben wir denn abbekommen verbrennungen verbrennungen also bis der junior hat nur die verbrennung abbekommen äh russeline hat am linken beine verletzung und am schlimmsten ist und am schlimmsten ist blackie dran ach du scheiße ne ich habe gelernt ich habe gelernt deswegen gibt es jetzt ein schlafplätzchen so mal kurz gucken ob auch wirklich die aufnahme läuft wäre nämlich sonst dämlich gewesen wenn da nichts gewesen wäre ähm ja kann ich hier irgendwo verbieten oder sowas das sind jetzt gefangenenbetten das hier wird ein krankenbett das hier wird ein krankenbett so du gehst da hin und mr junior du kannst behandeln war mir doch so ja mr junior du kümmerst dich um die erstversorgung ne blackie 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 du brauchst keine medizin habe ich mir sagen lassen hauptsache du wärst behandelt und kappa ist da ein high tech bauteil wow und platzstall haben wir auch achso döner du darfst jetzt auch wieder dich rühren wie rührend keine unmittelbare gefahr yes so ihr dürft euch beide wieder tummeln während ich das bett abreiße und dann wird hier so gedönst dann wird das wieder hier zum lazarett ach dann eben ah so jetzt haben wir es wieder äh eric was machst du da eric nein eric du machst erstmal gar nichts in die richtung du gehst nach hause das ist das beste für alle Ach, jetzt ist es mir auch irgendwie egal, weil das Feuer eh so ziemlich gelöscht ist. Mario Time. Ui, das war aber ein heftiger Blitz. So, jetzt dürfen sich alle irgendwie ausruhen, regenerieren, wie auch immer. Ja, wir haben hier doch noch so einen Arzt irgendwie. Habe ich mir sagen lassen. Wer kann denn noch hier Medizin? Nee, nicht der Erik. Aber, hat hier doch jemand. Ach, das war Blackie selbst. Nee, aber du kannst dich doch mal, behandelst du mal deine Bürgermeisterin und Ehefrau hier. Wobei, nee. Das ist hier noch nicht, bin ich der Meinung. Ja, Liebhaber, noch nicht Ehefrau. Ja, das kommt alles noch. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Heirat. So ist es. Erik wieder in seinem Schlafsaal. Der kann dann echt leid tun, dass der im Schlafsaal, wobei, Schlafsaal ist einer der geilsten Räume, wenn man es genau nimmt, von daher. Who cares? So, Mr. Junior hat sich von seiner selbst zugefügten Verbrennung erholt. Das ist zumindest eine gute Nachricht des Tages. Aber wir hatten echt Glück gehabt. Erst die Belagerung, die nicht so schlimm war, dadurch, dass die auf uns zukamen. Und ja, jetzt ist auch noch das erste Schiff glimpflicher abgelaufen, als ich befürchtet habe. Könnte so weitergehen. Wenn ich immer mit einem blauen Auge davon komme, dann ist gut. Und wobei ist uns jemand verreckt? Beim Zähmen. Irgendwie absurd. So, Blackie. Du kriegst jetzt auch wieder die übliche Behandlung. Brian ist dabei. Ja. Zumindest diesmal habe ich die Behandlung ordentlich wieder hinbekommen. Es ist ein Fortschritt. So, Wuseline kann noch nicht kochen. Irgendwann muss sie heilen. Aber auch das scheint mir relativ gut voranzugehen. So, warten wir noch mal ab, bis Wuseline wieder fit ist. So viel Zeit müssen wir noch haben. Huh, was schleppt der denn da? Ach, die Äffchen. Ja. Ach, eines hat überlebt. Man glaubt es kaum. Hat zwar einen rechten Arm abgeschlagen, aber es lebt. Das lebt nicht mehr. So. Unsere Äffchen haben uns noch einen schönen Dienst erwiesen. Ich glaube, hätten die nicht ein paar Kugeln abgefangen, wäre es auch blöde ausgegangen. Also sehen wir alles mal positiv. Und Wuseline, du sollst mal fit werden. So. Genau. Jetzt kann ich dann nämlich die Folge beenden. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch mit dabei. Wenn wir, was weiß ich, vielleicht auch mal eine Folge haben, in der wir nicht von irgendwas Großem oder mittelgroßem angegriffen werden. Bis dahin jedenfalls. Ciao, ciao. 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 Ciao.